herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge world of warcraft und hier sind wir wieder zurück in den baduns verwüsteten landen ja wir sind immer noch ja level 56 aber auf dem guten wege 61 prozent auf level 57 und wir müssen jetzt hier die akku lüten platt machen und dahinten die götzen und das machen wir auch mal direkt damit wir hier mal direkt weiter kommen die alte zwirbeln war mal dahinten ebenso an schöne wie flott das geht hier und ich habe immer noch nicht umge umgeskillt das will ich glaube ich dann mal in der nächsten folge machen das umskillen das ich auch mal gucke was der akkan macht so muss mal gerade gucken die alte hier die macht mir doch so schon ziemlich zu schaffen so okay wenn ich der da das frostfingerchen rein dröhnen dann geht das obwohl der frostfingerchen habe ich da ja gar nicht rein gedröhnt ich hab da ja eigentlich gut einmal den aktuell den den links zerstören einen habe ich zerstört perfekt dahinten ist noch einer die kommen die alte die kann ja auch noch weg da auch noch mal eben den frostfinger rein dröhnen ach das macht doch spaß wie die fallen wie fliegen hier und ich glaube ich muss hier rein badaboomz achiolyten 5 von 8 achiolyten nicht achiolyten ich sag mal achiolyten weiß ich auch nicht warum aber wer hängt denn da hinten rum ach da hängen noch ein paar kleine auf dem dings geh mal kurz hier rein hier werden ja bestimmt auch noch so ein paar götzen stehen ne tatsache ja hier hängen auch noch so ein paar götzen rum boom baby boom schabups ja ich glaube wir müssen hier rein mach ich dann mal eben mein dings an also mit dem magier da macht echt so einen spaß ne wenn du mehrere gegner hast hast du natürlich ein paar problemchen so unvollsteuer unvollständiges granitist fragment sehr schön das passt doch jetzt haben wir hier noch zwei von den götzen wir haben alle von den tussen tot wir haben noch eine muschel fünf von acht von den teilen okay der ist jetzt so ein bisschen mhm der zelot zelo ach mein gott zelot müssen wir auch noch platt machen äh ne ne okay zeloten müssen wir auch noch platt machen na super muss ich mir mal eben hier hochhallen so zeloten da müssen wir jetzt gucken heilt er sich oder wat ähm warte mal bitte das wäre jetzt bald in die Hose gegangen was wollte ich gerade sagen das war jetzt bald in die Hose gegangen jetzt hat er uns bald gehabt aber ich habe ja ich habe noch ein paar Muscheln gesammelt wo sind sie denn schwarze Perle ich muss mich mal eben kurz mit einem Mana Brötchen hier äh hochhallen und ach alter jetzt habe ich schon wieder nichts gedrückt ich glaube wir sind schon fünf Minuten am spiel ich lerne es nicht mehr ich lerne es nicht mehr ich lerne es nicht mehr Leute ich lerne es nicht mehr so brauchen wir jetzt noch zeloten ach 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 ich bin doch so ein Noob ne ach 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 wir haben wir hier noch einen zeloten hier dann haben wir noch einen zeloten Ach ach auf dich drauf. Und noch ein Frostfinger auf dich drauf. Bam. Zerstören wir dich nochmal eben. 7 von 8 haben wir jetzt. Und 8 von 8. Dann haben wir zumindest schon mal alle Götzen. Sehr schön. Alle Götzen haben wir. Dann muss die Gute nochmal dran glauben. Schwupps. Und hier kommt noch ein Celot angefummelt. Ja. Die sind doch schon etwas... Ja. Drei brauchen wir noch. Von denen. Was haben denn hier noch Celoten? Okay. Die hat aber gut gefressen jetzt hier. Gut schaden. Bam. Das hat dich auch nicht mehr gerettet, Mädel. Guck mal. Hier nochmal den Celoten ran. Mich nochmal eben aufladen kurz. Und noch ein Frostfinger rein. Jetzt brauchen wir noch zwei Celoten. Dann haben wir die nämlich auch. Da ist auch noch einer. Au. Hier ist auch noch einer. Furk. Furk. Den noch und den anderen dann da hinten links. Und dann haben wir sie nämlich. So. Den noch und den hier hinten links. Bam. Boah. Man merkt echt, ne? Wenn man Stoffi ist, dann... Ist das echt nicht gerade einfach. So. Wir haben hier alle. Wir haben hier alles gut. Glücksspieler müssen wir auch noch machen. Ach. Mal, 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 mal. Glücksspieler müssen wir auch noch machen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir hier schon dran sind. Weil ich Dovi habe ja wieder mal vergessen. Ah. Kann ich mich unsichtbar machen? Komme ich jetzt an der vorbei? Hahaha. Nein. Ich komme an der vorbei, aber er, mein Freund nicht. Ach, das war doof. Wie lange gilt unsichtbar? Alter. Alter. Hallo? Hallo? Danke. Ich kann mich so lange anpimpfen, wie ihr wollt. Alles klar. Okay. Das hat nicht so richtig funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber. Wir haben da drin alles geschafft. Das ist schon mal gut. War jetzt natürlich der völlige Vollfail. So, da hinten liege ich, ne? Hier liegt es noch so eine, hier ist noch so eine alte. Ich gehe mal eben hier hoch. Mal eben kurz mein Dings beschwören. Mir mal kurz was zu essen geben. Und dann muss ich mal kurz gucken. Ab wann kriege ich denn Arcana Brillanz? Kriege ich ab 58 erst, ne? Ach, doof. Na gut, dann müssen wir erst mal mit auskommen. Glücksspieler und Götzendiener getötet. Müssen wir hier nochmal rum. Ja, komm mal. Dann lass uns mal schnell hier rumflitzen. Glücksspieler und Götzendiener, die kriegen wir doch hier vorne, ne? Hier ist ein Glücksspieler. Wieso bleibt er jetzt nicht stehen, der Sack? Glücksspieler und Götzendiener. Komm du mal her. Tada, 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 tada. Ah, do-day, do-day, da-da-da-da-da, do-day, do-day, day. Und Booms. Und tschüss. Da ist auch noch ein Glücksspieler. Ha! So, die kleinen Möppels, die rennen hier alle an uns vorbei. Müssen wir natürlich alle retten, die kleinen Mupsis. So, hier haben wir auch noch einen Glücksspieler. Und hier ist auch noch einer. Ah, den kriegen wir auch noch mit. Komm. Na, kleiner. Wer hat die besseren Karten? Ich hab die besseren Karten. Boink. Und, ähm, dann die Götzendiener. Die sind da hinten. Ich glaub, ich reite da mal eben rum. Wenn ich hier vorbeigeritten komme, ohne dass sie mich irgendwie entdecken. Ich glaube fast schon. Das sind die Götzendiener hier, ne? Ja. Ja. Ah, ne, ne? Ah, okay. Er kommt nicht mehr. Er geht wieder nach Hause. Super. Das heißt, vier von denen brauchen wir eigentlich nur noch machen. Okay. Und, bäm. Dann du, mein Mädchen. Komm mal her, mein Mädchen. Und du, mein Mädchen. Dann haben wir nämlich alle vier, wenn wir die da hinten haben. Dann stoppen wir sie mal kurz vor uns. Zack. Ja, haben wir alle gelootet. Sehr schön. So, wir haben ewig viel an 24 scharfes Muschelfleisch. Das ist natürlich auch geil, ne? Weil das brauchen wir wahrscheinlich nachher eh. So, wir gehen mal zurück. Ich renne jetzt einfach mal hier durch, in der Hoffnung, dass die... Ja, die werden mich wahrscheinlich so ein bisschen hier angreifen wollen. Aber... Scheiß drauf. Wir reißen mal kurz zurück zu unserem traurigen Freund. Da ist er. Neptuls Rache. So, Neptul, wir sind wieder da. Falsche Götzen. Ihr macht einen alten Moorlog stolz, Nachtelf. Danke. Und mögen die Wellen immer an euren Füßen plätschern. Dankeschön. Neptuls Rache. Das letzte Mitglied des Steinteist kann heute als Geisel genommen und morgen getötet werden. Landwandler. Aber sie werden die Unterwelt in dem Wissen durchqueren, dass ein tapferer Nachtelf ihren Tod rächte. Danke. Danke. Wir kriegen einen Ring und ein Wickeltuch. Pampers oder was? Also, ein Ring. Ausdauer ausweichen, Ausdauer ausweichen. Ist nix für uns. Und ein Wickeltuch ist fünf Beweglichkeit, sechs Intelli. Ist alles nix für uns. Ist also scheißegal, was wir nehmen. Illusionsstaub, Illusionsstaub. Wir nehmen mal den Ring. Okay. Und dann zaubern den. So. Äh, was haben wir noch? Wir müssen zum... Genau, das Dreinei-Fragment müssen wir da hinten hinbringen. Ich glaube, ich mache das mal schnell. Wir rennen nochmal eben da hin zurück. Und bringen das nochmal eben weg. Und dann gehen wir zum großen Portal. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir dran sind. Ich habe keine Ahnung, weil ich verpeile ja immer irgendwie meinen Timer anzumachen. Da bin ich ja schon acht Jahre hier am Spielen und dann ist der Timer immer noch nicht an. Deswegen reiten wir nochmal schnell zurück hier. Genau. Zum... Er ist da nicht bei Dings hier. Zum Sammler, genau. Müssen wir nur eben gucken, dass wir hier nirgendwo in die... Niemandem in die Quere kommen. So rum. Der Sammler ist ja auch schon da vorne. Ja, der ist da vorne links. Und da machen wir nämlich beim Sammler eine kurze Folge. Und dann machen wir dann für das große Portal machen wir dann in der nächsten Folge weiter. So. Wie schaut es aus? Komme ich da vorbei? Oder muss ich die Sau umschiffen? Ja, komm, ich umschiffe mal die Sau. Oh, und die Hyäne. So. Hier, komm mal her. Und? Drei nicht tust? Ja, haben wir. Äh. Achso, jetzt kriegen wir ja nochmal was. Ist ja geil. Was ist das? Leder. Können wir nicht gebrauchen. Boink. Super. Dann, liebe Leute, machen wir hier eine kurze Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zum großen Portal reiten. Ah, ich freue mich schon so. Ah, wir haben ja vorhin schon mal einen kurzen Blick darauf erhascht. Und, äh, ja. Ne, große Portal ist nicht mehr rot, sondern grün. Äh, hallo? Alle, willst du mich jetzt verkeiern, oder wat? Jetzt macht die Sau uns hier von der Seite an. Das gibt's doch gar nicht. Geh mal weg. Danke. So, genau. Und dann reiten wir beim nächsten Mal zum großen Portal. Also, bis nachher, ne? Tschüss, Sikowski.